Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamland Valley. Ja, es ist natürlich wieder ein wenig dunkel. Ich nehme wieder sehr spät auf, aber es hat ja auch was Gutes. Ernte 1, 2, 3 Pilzen. Na klar, kriege ich hin. Kriege ich hin. Das hat auch was Gutes, denn ich sehe so auch ein wenig mehr von den Abendlichtern. So wie hier zum Beispiel. Genau so sieht es aus. Ah, sehr schön. So, ähm, Pilze, ja, wartet mal, dann gehe ich mal ganz kurz nochmal gucken. Ähm, und zwar in der Lichtung des Vertrauens. Da gehe ich dann nochmal zwei Pilze sammeln und dann habe ich da die eine Quest, äh, naja, ihr wisst schon die eine Aufgabe halt für den Tag erledigt. Wobei ich da nicht so wirklich viel Wert drauf lege. So. So ein bisschen was einsammeln, ne? Kann ich ja schließlich auch wieder verkaufen. Nehmen wir das noch mit, falls die Fanny Hunger kriegt. So, hier ist ja schon mal mein... Angef... Nein, ich wollte nicht rein. Ach, Fanny, ehrlich. Ich wollte doch nicht rein. Ich wollte doch eigentlich nur die Blume hier aufsammeln. Hi, Donald. So, hier ist ja schon mal mein angefangener Bereich hier, ne? Der, der bebaut wurde. Aber bei mir geht es hier halt wirklich mit langsamen Schritten voran. So, denn meine Ressourcen sind ja nun mal nicht die besten, die ich habe. Da seid ihr weitaus besser als ich. So, Pilze. Dann sammeln wir mal. Achso, habe ich schon. Okay. Gut, gut. Dann kann ich ja hier meine Dreamlight mal einsammeln. Perfekt. So. Okay. Und zwar folgendes. Ich werde jetzt nochmal versuchen. Nein, wir gehen mal hier hoch. Oh, mein Raps ist fertig, Leute. Dann sollte ich den mal... Warte mal, nimm mal die Giskann aus der Hand. Dann sollte ich den mal jetzt auf jeden Fall ernten. Und dann auch gleich mitverkaufen. Ach, ich sollte auf jeden Fall immer, wenn ich was ernte, wirklich einen Begleiter mitnehmen. Beim nächsten Mal. Okay, beim nächsten Mal mache ich es. Oh, 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 oh. Da war die Fanny wieder nicht schnell genug. Naja. So. Die nehmen wir mit. Okay, perfekt. So, dann gehe ich erstmal das verkaufen. Na, wie geht's? Mir geht es soweit gut, Gofi. So. 5000 immerhin. Das ist doch mal... richtig klasse. Jetzt verkaufe ich ja doch mein Essen, ne? So, das kann ich auch verkaufen. Davon habe ich 50 jeweils. Bei den Blumen weiß ich immer nicht so. Doch, hier, die habe ich voll. Das weiß ich definitiv. Bei den rosa, hohen... Die habe ich auch voll. So. Okay. Die anderen Sachen, die kann ich auch wieder... einsammeln. So, mache ein Foto. Ja, machen wir gleich. Oh, wartet. Den orangenen Kreis hier nehme ich mir mal mit. Ach, das Woody, der hat sich wieder hingelegt gehabt. Sehr schön. Ein wunderschöner Welt. Sehr gut, nicht wahr, Woody? Sehr gut. So, wartet. Dann werde ich jetzt mal... Ich habe mir nämlich, ähm... Kürbis geholt. Den werde ich mal einpflanzen. Solange es noch regnet, ne? So, hier haben wir 40 Kürbis. So, mach mal die Angel wieder weg. Äh, Gott. Ich habe da gegen einen Stuhl gelaufen hier. Gegen die Bank. So, dann... Pflanze mal einen. Der Kürbis braucht natürlich sehr, sehr lange, ne? Bis er gewachsen ist. Also erntereif. Sehr gut. So, ich habe auch im Übrigen bei Darkobert im Laden mir noch was gekauft. Für den Strand. Ich glaube, das war für den Strand. Ne, beziehungsweise auch für meinen, äh, Gemeinschaftspool oben. Und... Das werde ich auch gleich mit euch noch zusammen platzieren. So, gießen brauche ich ja Gott sei Dank nicht. Es regnet ja. Haha. Da hat die Fanny die Zeit der Gunst genutzt. Ne, die Gunst der Zeit. Äh, wie rum? Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Hallo, Skar. So, muss ich hier erstmal aufräumen, ne? Wahrscheinlich. Ja, guck mal. Nicht mit der Gießkanne. Das wird nichts. So, einmal das weg. Dann machen wir die Blume weg. Die machst du bitte auch weg. Die machen wir ganz kurz hier außen rum. Nein, das war daneben. Aber nicht schlimm. So kriege ich Erde. Ich sollte mal mit Absicht ein bisschen mehr drumherum buddeln. So kommt das Ganze auch mal einsammeln schnell. So. Und hier? Haben wir hier hinten was? Ne. So, dann das hier noch. So, dann schaue ich mal. So, ab ins Inventärlein. Ähm. Da, guck mal. Ich habe nämlich noch ein paar Stühle gekauft. Auf jeden Fall. Warte mal. Ich wollte das eigentlich ganz gerne auch... Achso, jetzt bin ich einmal zu weit gegangen. Einmal hier noch so hinbauen. Eventuell. Ja... Jetzt schaue ich mir das mal von unten ein bisschen an. Ja. Ja, ja, geht schon. Könnte schöner sein, glaube ich, aber... Das ist ja noch nicht das Ende vom Lied. So, komm. Sammelt das auch mal alles ein hier. Was du einsammeln kannst. Kommt sie hier durch? Wow. Ja, ich komme durch, aber... War ein bisschen creepy gerade. Achso, dann habe ich noch was geholt. Ja, genau jetzt, wo ich sehe. Wartet. Ich dachte, das käme hier auch richtig gut. Hier oben. Und zwar... Einen Moment. So, Sitzmöbel müssten eigentlich auch hier drin sein. Da. Habt ihr es gesehen? So, jetzt werden wir die hier wegnehmen. Und werden stattdessen die hier hinbauen. Guckt euch mal diese hübsche Bank an. Ja. So, dann nehmen wir die auch weg. Ich hab mir mal ein bisschen... Ich hab mal ein bisschen... Äh... Investiert. Ja. So, hab ich hier irgendwo noch eine Bank stehen, die so aussieht, wie die Holzbank. Weil ich würde es gerne einheitlich machen. Hier oben. So ein bisschen. Von den Sitzmöbeln her. Naja, bis auf die Sollenstühle halt, ne? Die nicht. So. Ja, ich glaub, das war's. Aber erst mal. Ich könnte natürlich hier auch noch etwas hinbauen. Ähm. Aber da überlege ich mir erst mal noch was. Dann lass ich das erst mal. So, genau. Perfekt, oder? Hoppala. Wartet mal. Ich soll ja sowieso ein Foto machen. Dann mach ich jetzt auch ein Foto. Ist schon in Ordnung. Er darf mit drauf. Super. So, gut. Dann hab ich das auch. Wunderbar. Bringe zwei Geschenke. Hab ich... Hab ich vielleicht was für dich? Ja, guck mal. Bitteschön, mein Freund. Da freut er sich, ne? Ist so, denn noch was? So, dann noch was? Cracker oder blauer Bart fahren. Wartet mal. Den hab ich auch. Na, ist doch perfekt. Zweifel, die mit einer Klappe geschlagen. Ähm. So, dann werde ich nochmal eine tägliche Unterhaltung hier einfach führen. Oh Gott. Oh Gott. Perfekt. Gut. Gieße zwei getrocknete Blumen. Ja, das sollte ich auch noch hinkriegen. Füttere ein Kleintier. Hm. Koche mit Meeresfrüchten. Verkaufe ein Mineral. Okay, ändere dein Outfit. Serviere ein Gericht im Restaurant. Hm. Wobei... Ach, wir werden sehen. Wie gesagt, die Dreamlights sind ja auch nicht das Problem. Ähm. Was wollte ich jetzt... Ach genau, ich wollte eigentlich unten weitermachen. Das heißt, ich versuche nochmal ein Bohnen zu bauen. Ach so, warte mal. Ne. Ach Mensch, ich wollte doch erstmal einsortieren. Ja, ja. Da war ja was. Da war ja was. Und dann kann ich auch mein Leben nochmal aufladen. Ähm. Blumen. Erstmal die Blumen wegpacken. So, dann schaue ich mal. Also. Das müssten die hier sein. Genau. Dann habe ich davon... Die sind voll. Die roten sind auch voll. Lila Hortensia. Oh, ist auch tatsächlich voll. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh. Blauer Bartfaden ist auch voll. So, du bist jetzt voll. So, du bist jetzt voll. Und... Die sind auch voll. Du bist sowieso voll. Und ihr kommt woanders hin. Der Fisch, der Wälzer kommt hier rein. Davon habe ich auch noch nicht allzu viele. Sehr gut. Ich muss unbedingt noch Kisten bauen. Aber ich habe nicht genug Holz dafür. Ähm. Was hatte ich denn jetzt noch? Ach ja. Genau. Bau. Sachen. Bau. Sachen müssen hier rein. So. Dahin. Ich habe nur 19 von diesen dunklen, ne? Ich bin aber auch fauli zusammen. Mach auf dein Lager. So. Das. Und die beiden kommen da hin. So. Okay. Ähm. Dann gehe ich mal raus. Und dann gehen wir zu Gofis Haus runter. Dann werde ich nochmal ein bisschen von diesem sonnengetrockneten Bohnen bauen. Also herstellen. Dann kann ich den Weg erstmal ein wenig weiterführen, denke ich. So. Da im Zaun. Wie viele Zäune habe ich eigentlich von denen noch? Gar keine mehr, ne? Sonnengetrocknete Erdstraße. So. Erde. Wenn ich jetzt noch 90 mache. Warte mal. Ah. Ist das übel. Ähm. Ich mache nochmal 40 oder so. Ja, komm. Ich mache nochmal 40. So. Genau. So. Dann gehen wir nochmal runter. Und versuchen noch ein bisschen mehr Weg zu bauen. Das sieht jetzt gar nicht mehr so sonnengetrocknet aus, ne? Naja. So ist es. Okay. Wartet mal. Wartet mal. Ich mache erstmal hier in die Richtung. Genau. Dann machst du... Das in die Richtung. Und jetzt funktioniert das wieder nicht. Weil die Fanny sich einfach wieder zu... Ach so. Ach komm, schon wie in der Palme jetzt, oder was? Okay. Das geht tatsächlich in dieser Palme nicht. Ich glaube, ich spinne, ey. Ähm. Muss ich die doch wieder versetzen. Warte mal. Stellen wir erstmal so hin. Ja, genau darauf. Sehr gut. So. Einmal so noch. Hoppala. Einmal so. Und... Ja, das kriege ich gerade so noch hin, ne? Genau. So, jetzt habe ich noch vier. Dann mache ich die jetzt da lang. So. Das. Und jetzt muss ich noch versuchen, die Palme wieder irgendwie... Oh, ist das ärgerlich, ne? Mal sehen, wie das jetzt aussieht von unten. Also, die Palme ist schon sehr, sehr cool. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass mir das so gefällt irgendwie. Naja, gut. So, habe ich jetzt überhaupt noch von diesen Zäunen etwas? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich vermute aber nicht, ne? Ach doch, 20 habe ich noch. Okay, ähm... Jetzt ist die Frage... Das ist der Abstand wahrscheinlich, ne? Jetzt muss ich wieder so ein Dreierding machen. Okay. Ein, zwei und... Ist das so richtig? Ist das der Schmale eher, oder? Ja, ist der Schmale, ne? Genau. Den habe ich jetzt richtig. Sehr gut. Ähm... Ich gucke noch mal nach den... Nach den Palmen. So. Ähm... Das ist jetzt auch wieder so eine große. Wartet mal. Jetzt passt das wieder nicht dahin. Also irgendwie verstehe ich auch manchmal den Sinn nicht, ne? Manchmal... Also, ne? Manchmal kann man es direkt auf den Weg bauen und dann geht es halt auch wieder nicht. Ja, die geht wieder. Die baue ich auch direkt dahin. Hm. Die würde jetzt natürlich wieder nicht auf den Weg passen, ne? Guckt mal. Ja, das ist irgendwie blöd. Das ist wirklich blöd gemacht. Wir haben mal wieder so eine große auf jeden Fall. Die ich aber dann eher hier hin baue und dann... So. Wartet mal. Jetzt hatte ich ja... Die passt auch nicht, ne? Nee, die passt auch nicht auf den Weg. Ähm... Ist das dieselbe? Ja, ne? Das ist dieselbe. Ha, 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 ha. So, wisst ihr was? Ich werde mal diese Palme vielleicht eher so hierhin packen erst mal. Ich habe da jetzt gerade eine ganz andere Idee bekommen. Okay, die passt da wieder nicht hin. Ist sie geschlungen? Wartet mal. Ah, jetzt bin ich wieder zu weit. Ich glaube, das könnte ganz schick aussehen. Ja, ich glaube, das könnte so ganz schick aussehen. Wartet mal. Die da hin. So, dann habe ich nämlich... Jetzt kommen wir noch zu den anderen schönen Teilen. Und zwar... Ich hoffe, die sind jetzt hier mit bei. Nee, ist es nicht. Okay, dann muss ich mal auf alles gehen, weil ich... Quatsch, auf alles, nicht auf Tische. Ähm... Wo haben wir die denn? Vielleicht von ganz unten, ha? Äh, nein. Äh, nein. Okay, jetzt habe ich das schon wieder übersehen. Ach, hier. Hier ist es doch. Genau. Und zwar... So, wartet. So, wartet. Einmal da. Ich habe aber noch ein paar mehr. Das weiß ich wohl. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Und habe ich noch eine? Ich glaube, ich hatte noch eine. Oder habe ich nur drei gehabt? Ich meinte, ich hätte vier gesessen. Aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Habe ich wirklich keine vier? Und ich wirklich nur drei? Guck noch mal ganz in Ruhe. Nee, ich habe tatsächlich keine mehr. Okay. So. Wow. Ist doch voll cool, oder? Also, ich finde das richtig hübsch. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, aber dieser Strauch hier, der kommt auf jeden Fall weg. Da kenne ich nix, ne? So. Oh, doch. Mir gefällt das total, Leute. Die Palme finde ich eigentlich gar nicht hässlich. Das wird hier so meine kleine Palm-Area. Genau. Mein Strandbad. So, wartet mal. Aber. Ich muss unbedingt den jetzt doch versetzen. Weil das geht so gar nicht. So, erst mal, ne? Erst mal einfach. Ich habe keine Ahnung. So. Wobei eigentlich die Stelle, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. Hier in dieser Kuhle. Ja, irgendwie passt es doch hier ganz gut hin. Im Grunde. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall erst mal weg. Okay. Ähm. Ja, hallo, mein kleines Häschen. Achso, apropos Häschen. Ich wollte doch eigentlich auch schon längst mal mein Haustier gewechselt haben. Ähm. Jetzt ist nur die Frage, wo war das nochmal? War das hier bei Ihnen? Ne. War das bei... Ach, hier bei Begleiter. Genau. Also, was habe ich denn jetzt überhaupt alles so... Das Schweinchen ist auch süß, ne? Oh! Ein gruseliges Eichhörnchen! Oh, cool! Wo habe ich denn den hier? Oh ja, der ist cool. Komm! Der ist cool. Der gefällt mir. Okay. Ja. So viel dazu, meine Lieben. Sieht das nicht toll aus? Ich finde es gut. Meine kleine Area. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel geschafft, ne? Davon abgesehen. So, jetzt ist aber noch die Frage... Habe ich zufällig noch irgendwie Licht oder so? Beleuchtung? Einfach mal diese Strandbele... Aber die habe ich nicht, ne? Ach, verdammt. Ähm. Das ist die nächste Frage. Welche Farbe? Ich würde es eher in so einem Gelb machen, glaube ich. Was sagst du, kleines Eichhörnchen? Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch herstellen kann. Das ist nämlich jetzt das nächste Ding. Wartet mal. Ähm. So. Also, gelbem Licht. Rot, blau. Was kostet mich der Spaß denn? Ach, wieder Faser, ne? Okay, wartet mal. Ich werde mal... ein gelbes machen. So, und dann muss ich wieder Fasern, ne? So. Okay, das hätten wir dann nochmal zum Möbel. Was habe ich denn jetzt hergestellt für eine Farbe? Gelb, ne? Jetzt mache ich nochmal blau. Um einfach zu sehen, wie es aussieht, ne? So, und dann mache ich das nochmal im Großformat. Und das Blau auch nochmal im Großformat. Genau. So. Und jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was vielleicht noch zu meinem Strand passen würde. Pampas-Graskrug. Okay. Ja gut, das kann ich nicht bauen, weil ich da keine Ressourcen für habe. Okay, aber da ist sowieso, glaube ich, nichts bei, was mir jetzt gefallen würde. Okay, dann gehen wir mal runter. Und dann werde ich einfach mal versuchen, noch ein paar Lämpchen zu installieren. Okay, pass mal auf. Es ist jetzt einfach mal nur eine Idee. Vorschläge sind natürlich gerne willkommen. Ähm. Gelbes Licht. So. Also, ne, dass ich diese großen Laternen zum Beispiel hier an den Rand mache. So. Und die kleinen vielleicht. Die kann man leider nicht auf dem Zaun bauen, ne? Warte mal. Aber das muss ja auch nicht überall Licht sein, glaube ich. Also einmal hier vielleicht. Und hier ist noch das gelbe Licht. Das können wir ja dann vielleicht hier so hinpacken. So. Also, gelbes Licht, blaues Licht. Aber so wirklich blau und gelb ist es ja auch nicht, ne? So. Und irgendwie... Sollte ich hier doch eine Lücke lassen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich sollte hier noch eine Lücke lassen. Weil, falls ich hier nämlich... Ich könnte hier eigentlich auch nur... Den wegmachen. Wartet mal. Wie sieht das aus? Ja, ich komme aber hier durch. Ist doch cool. Genau, falls Dreamlights kommen, ne? Beziehungsweise Nachtdornen und ich wieder hier durch die ganze Rubrik hier laufen muss, ne? So, jetzt denkt euch mal bitte nur die Palme hier weg. Ja? Und vielleicht diesen Busch. Aber... Ich glaube, das käme doch ganz gut, oder? So, mit allem drum und dran. Ja, daraus könnte vielleicht was wehren. Gut, ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich... Ihr wisst... Für Vorschläge bin ich immer zu haben. Auf jeden Fall gefällt mir das hier mit dem Boden ganz gut. Und ich freue mich natürlich auch sehr darüber, dass es euch auch gefällt. Aber irgendwie muss ich den Busch wegmachen, ne? Der nervt mich hier schon ganz schön. Wartet mal. Den machen wir jetzt auch mal ganz kurz weg. So. Dann komm mal mit. Erstmal hier hin. So. Weg. Gut. Also, schreibt mir das gerne in die Kommentare, meine Lieben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen. Was sucht denn denn jetzt hier eine Sonnenblume? Das ist ja unglaublich, ne? Kaum habe ich hier was hingebaut, schon kommt die Sonnenblume. So, ich würde dann hier auch noch... Also, so eine Palmiert, also diese hier, würde ich vielleicht hier nochmal so ein bisschen hinstellen. Und dann hier noch oder so, ne? Die werden sehen. Aber auf jeden Fall wird dieser vordere Strandabschnitt, glaube ich, recht hübsch werden. Ich denke, meine Lieben. Also, hab Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Untertitelung des ZDF, 2020